Nur bestimmte Datenpunkte eines Diagramms beschriften. In Excel lassen sich Datenpunkte recht einfach beschriften. Die wenigsten jedoch wissen, dass man auch ausgewählte Datenpunkte einzeln beschriften kann. Markieren Sie eine Datenreihe und erstellen Sie ein Säulendiagramm, indem Sie die Befehlsfolge Einfügen, Säule, 3D-Säulen gruppiert ausführen. Wenn Sie mit der Maus auf eine Säule klicken, werden alle Säulen markiert. Mit einem Rechtsklick rufen Sie nun ein Kontextmenü auf, indem Sie den Befehl Datenbeschriftung hinzufügen wählen, um jeder Säule einen Datenpunkt zuzuordnen. Wenn Sie einen Datenpunkt anklicken, werden alle markiert und Sie können sie mit der Entfernen-Taste löschen. Um eine bestimmte Säule zu markieren, klicken Sie auf diese Säule und gleich anschließend ein weiteres Mal. Erneut rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Datenbeschriftung hinzufügen. Diesmal wird nur die markierte Säule beschriftet.